Oh nein, oh nein, es ist wieder so weit, oder? Es ist wieder so weit! Ladies und Gentlemen, wir alle kennen mittlerweile eine Figur, die nachts unsere Albträume jagt. Und zwar Siren Head. Und meine Damen und Herren, ihr habt gesagt, ihr habt mich zugespampt. Mag ihr? Es gibt neue geisteskranke Siren Head TikToks und Filme und genau die gucken wir uns jetzt an. Deswegen nehmt eure Decke zur Hand, schaffen wir auf diesem Video unglaubliche 11.111 Likes. Kriegen wir das in meine Damen und Herren? Let's go! Ab in die erste TikTok hier hinein. Okay, der allererste Clip ist direkt, oh mein Gott. Yo, wir haben... Oh mein Gott, ist das gruselig. Ich dachte, wir fangen langsam an. Wieso schickt ihr gleich Gruseligste als erstes, Leute? Wir haben Siren Head, der irgendwo auf dem Acker steht. Über ihm ist wie so ein Tornado. Das sieht schon wieder zu echt aus. Das sieht mir schon wieder viel zu echt aus. Da fahrt jemand, alles bewegt sich. Nein, 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 okay. Okay, okay, Leute, nein. Nein, Leute, kommt mir nicht so. Kommt mir nicht so. Kommt mit sich. Wieso schickt ihr immer so gruselige Sachen? Ihr wisst, ich krieg leicht Angst bei sowas. Stellt euch jetzt mal vor, da hinten hinter mir steht einfach Siren Head. Stellt euch mal vor, ihr würdet da stehen. Ja, er steht gerade wirklich hinter mir, oder? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ah, ich bin wieder da. Ladies and gentlemen, damit euch nie passiert, dass Siren Head hinter euch steht und ihr auf einmal weg seid. Einfach weg von der Welt. Lasst jetzt ein kostenloses Abo da unter mir abonnieren drücken, wenn das Rot läuft, dann seid ihr immer sicher. Und ihr seht, nichts passiert euch. Wir werden nie wieder von der Siren Head da. Aber okay, es geht weiter. Wir haben jetzt einen Clip, wo jemand anscheinend im Wald steht. Aber das sieht nicht so, das sieht safe, also so animiert aus. Irgendwie in einem Wald. Ja, der erholt mich jetzt nicht so um. Also es ist zwar creepy, aber es geht. Jetzt wird es schon wieder gruseliger. Was ist denn das? Okay, hat Siren Head zugenommen? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ne, 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 ne. Hä? Digger? Hä? Hat Siren Head, warst du? War Siren Head? Also ich will jetzt nicht persönlich werden, aber war Siren Head? Warst du ein paar Mal zu oft bei McDonalds? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Der sah schon. Der hat schon ein bisschen Bauch gehabt, ne? Der hat schon ein bisschen zu... Oh, Moment mal. Warte. Außer, was ist, wenn Siren Head ein neues Kind bekommt und noch ein Siren Head kommt? Nein! Wir machen weiter. Nein, vergiss, was ich gesagt habe. Vergiss es ganz schnell. Oh Gott, nein. Zwei Siren Heads. Das war's ja dann komplett. Okidoki, aber jetzt haben wir. Digger, dein Ernst? Ich will jetzt take the pictures of the Siren Head. No, not the dancer of the Siren Head. Äh. Ja. Ähm. Meine Damen und Herren, das ist genau das Gleiche, wie wenn mein, äh, meine Regie... Hier, Siren Head hinmalt. Oh mein Gott, ich hab Angst. Siren Head verfolgt mich. Nein! Geh weg, Siren Head. Oh nein, er hat mich erwischt. Ich bin tot. Das war's, Leute. Nein! Ey, also wirklich, manche Siren Head-Videos sind geisteskrank. Ich kack mir fast in die Hose. Darf ich das auf YouTube sagen? Darf ich oder darf ich das nicht sagen? Regie? Oh no, 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 no. Und manche sind so schlecht animiert. Ohne Witz, da macht ein Grundschul. Das sind wirklich die Erstklässler, die sagen, ey. Eine Million Klicks auf meinen Nacken. Das macht so viele Klicks. Was haben wir hier... Das macht... Warte. Hä? Irgendwie ist es... Ja, irgendwie ist es gruselig, aber irgendwie auch nicht. Geh weg! Siren Head, geh weg! Geh weg! Geh... Ja, geh doch! Ja, meine Decke! Ich seh nix! Siren Head, geh weg! Geh weg! Da muss ich sagen, ja, der war irgendwie so... Also der Clip war schon gruselig, aber der war jetzt auch nicht so... Also wir haben schon Besseres gesehen. Wie gesagt, ich würde sagen, du bist leider heute auch nicht im Recall. Och, der macht mich doch immer... Ey, aber Ladies and Gentlemen, ey, ohne Witz, wieso? Es gibt so unglaublich viele Siren Head Videos mittlerweile. Ich schwör auf alles, wenn... Ey, ich hab wirklich letztens... Ich hab wirklich letztens... Ich bin aufgewacht in meinem Bett, bin nach oben gegangen, hab hingeschaut, ich hab da ein Monster gesehen. Ich hab Siren Head sozusagen gesehen. Mach mein Licht an, war einfach meine Lampe. Schaut, was ihr mit mir macht! Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Aber meine Damen und Herren, was haben wir jetzt? Aschata, was auch immer, Film? Hä? Nein, wir haben jetzt nicht wieder so einen Gruselfilm, oder? Mit... Oh nein, wir haben wieder einen Siren Head Film. Hä? Jerome! Jerome! Wie geht's? Alles gut bei dir, Bruder? Mashallah, fünfmal gestoneflippt, er ist der Beste. Er ist der Beste, Jerome, bring mal bei. Aber jetzt, er läuft über eine Wiese, aber nein, ich glaub, das wird... Nehmt eure Decke, ich glaub... Okay. Jerome findet Zettel. Paranormale Sichtung. Wenn du ein Bild einreichst, kriegst du Geld. Jerome, bitte mach's nicht. Geh nicht auf die Suche, Jerome. Es wird nicht gut ausgehen. Jerome, komm. Ich hab hier noch einen Platz frei. Chill dich hin, alles sicher. Jerome. Jerome hört Schrei. Jerome findet Pulli. Jerome! Das ist kein gutes Zeichen. Nein! Jerome, aus! Aus! Jerome, hol... Hol Stöckchen! Hier! Hallo, hier, Jerome! Jerome! Guck her! Hol Stöckchen! Komm her! Jerome will nicht. Wer ist ein Gentleman? Er läuft durch... Er läuft durch... Irgendeinen Graben, er findet einen Schuh. Oh, Jerome, Bruder, ich hab dir gesagt, komm zu mir, hier ist Platz frei, hier kannst du chillen, alles easy. Jerome! 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 Er geht über irgendeinen... Er ist da. Er ist da, es ist vorbei. Siren Head ist da. Er ist da. Wir sehen Siren Head. Yo! Siren Head läuft da hinten. Jerome geht hin. Jerome, was machst du denn? Jerome, was ist denn los mit dir? Der... Er denkt nur an Para. Er will absolut sich die Gucci-Tasche kaufen. Jerome, sag doch was. Wir können es doch auch anders klären. Nein, ich kann nicht hingucken. Jerome, geht zu Siren Head. Er steht oben auf dem Berg. Jerome, lauf! Siren Head verfolgt ihn. Jerome geht jetzt auf irgendeine Plattform hoch. Läuft die Plattform entlang. Muss aufpassen. Die Sounds sind immer lauter. Siren Head riesengroß, Alter, man kennt ihn. Jerome geht nach unten, versteckt sich jetzt irgendwo hier, klettert runter. Klettert irgendein Rohr hinunter. Starke Leistung, gut gemacht, Digga. Siren Head steht oben. Jerome rennt runter. Siren Head kann nicht runterkommen. Siren Head steht auf der Plattform oben. Geht wieder zurück, aber er hat Jerome gesehen. Er wird ihn verfolgen. Jerome, das war's, glaube ich. Ich glaube, das war's. Oh, Jerome, der lag der Hand. Ich hab's gar nicht gesehen. Jerome. Jerome läuft. Siren Head verfolgt ihn. Das war's, Brody. Das war's. Nur, weil du wieder als Paare gedacht hast. Nur, weil du Geld wolltest. Jerome. Das war's. Ey! Piso! Piso erschreckst du mich? Dann komm mal, Siren Head 1 gegen 1. Nein, komm, bitte nicht. Ich mein's nicht so. Die Polizei nimmt's Auto auf. Meine Damen und Herren. Gut. Ich werde danach nicht schlafen können. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Ich wollte eh nie wieder schlafen. Dankeschön. Ich wollte eh nie wieder einschlafen können. Nee, nee. Alles super. Yo, da fährt, Alter, da. Okay, also warte. Ich muss jetzt nochmal. Ich. Überforderung. Ich. Wir haben Jerome, ja? Jerome. Ich biete ihm an, einfach hierher zu schillen. Dann versuche ich ihn abzulenken, Cap zu werfen, zu sagen, komm her. Komm. Jerome will nicht hören, Alter. Er kommt einfach nicht her. Er geht immer weiter. Er denkt nur ans Geld. Will ein Bild von Siren Head machen und dabei geht er drauf. 1A-Klasse, Brody. Was, Bruder? Was lernen wir aus diesem Video, meine Damen und Herren? Wenn ihr Siren Head irgendwo seht, geht nicht zu ihm hin. Wenn ihr Geld dafür bekommt, um ein Bild von Siren Head zu machen, macht es nicht. An der Stelle würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben dabei. 11.111 Likes. Reage mir auf noch mehr Siren Head Bios, ey. Und abonniert kostenlos den Kanal. Falls ihr neu seid, jetzt abonnieren, dann seid ihr immer sicher. Ja. Und dann könnt ihr hier noch zum... Au. Fuß eingeschlagen. Hier zum Video. Das darf ich. Hier geht's zum Video von gestern. Ah. Licht auf. Ich muss mir den Pferd da oben. Ich muss mir den Pferd da oben.